Kurz vor dem Wochenende. Der April fängt gerade an und er ist stürmisch. Wenn man mal rausguckt, sowieso hier in Frankfurt zumindest mal scheint es gerade so halbwegs zu schneien, zu regnen. Das weiß man noch nicht so richtig, was das werden soll. Die Börse sieht das ähnlich und ist nicht wirklich positiv gestimmt. Wir hatten das gestern, da waren noch nicht so viele Daten hier. Da sah es noch in etwa so aus. Deshalb ist der Strich, der hier ein bisschen verrutscht, weil wir jetzt neue Daten dazu bekommen haben. Aber wir sehen schon, dass es nach der Korrektur, die wir da hatten, die sah ja nun die Gegenbewegung recht korrektiv aus, wenn man sich das mal anguckt, eben diese Fortsetzung gab. Und jetzt sind wir wieder auf dem Weg nach oben. Aber abermals sieht das erst mal gar nicht so deutlich toll aus für die Aufwärtsseite, sondern das sieht ebenfalls noch nach wie vor korrektiv aus. Das ist jetzt der DAX-Index. Aktuell, wir wissen, dass der deutsche Markt ja bald zumacht. Also lange wird das nicht mehr gehen. Aber man hat den Eindruck, als ob wir hier das, was wir hier haben, eher eine Bewegung zu erwarten ist. Kommt, machen wir es nochmal frisch und einmal in groß für die, die kleine Augen haben. Also das ist das hier. Dann haben wir das als Gegenbewegung. Dann haben wir diese jetzt wieder eine wackelige. Vielleicht geht es danach nochmal runter. Wie gesagt, es wäre typisch, wenn wir eben nur wackelig nicht sehr stark nach oben gehen, dass es eben die Trendrichtung nochmal fortsetzt. Und das wäre, ja auch im Rahmen unserer Fünffälligkeit gar nicht so schlecht und würde uns jetzt irgendwo hier runterbringen. Das ist nicht Pflicht, aber achtet drauf, wenn wir die Unterseite dieses Trendkanals oder die Unterseite dieser Korrektur eben durchstoßen, dass es dann eben noch einmal passiert. Aber wichtig einmal. Wir haben ja häufig diese Fünffälligkeit. Und das, was ich hier jetzt im 15-Minuten-Chart mal so angedeutet habe, wie gesagt, es kann auch ein bisschen länger sein, aber das würde dann möglicherweise das repräsentieren, was wir hier im großen Bild haben. Ihr seht das hier im DAX-Index. Starke Abwärtsbewegung. Es wäre aber erst die erste Seite. Das hieße unter der Annahme, das ist ja bis jetzt nur eine Annahme, aber solange der Markt das bestätigt durch Brüche der entsprechenden Seiten, wäre das der erste Teil. Dann hätten wir nächste Woche vielleicht eine Gegenbewegung ein bisschen zu erwarten. Und wenn das tatsächlich so halbwegs so aussieht, nachher die Fortsetzung und später trotzdem nochmal ein bullisches Bild. Aber das ist jetzt noch sehr viel Fantasie. Bis dahin müssen wir ja noch gucken, was die einzelnen Bereiche dazwischen machen. Das ist jetzt nur ein Modell. Nicht, dass jemand jetzt sagt, ich habe es gesehen, so meinst du jetzt. Also dieses Bild kann ich mir sehr gut vorstellen. Es wäre sehr typisch, sehr nachvollziehbar, aber ist nur eins von vielen und hängt natürlich davon ab, wie das ist. Nehmen wir mal an der Feld jetzt wie ein Stein hier runter. Dann wird das ganze Bild definitiv in dieser Form so nicht mehr aussehen. Aber ich denke, das ist relativ klar. So, abwärts ist aber nicht nur beim DAX im Moment das Thema. Wir haben es auch bei den Amerikanern. Da war ich gestern noch nicht so sicher. Da hätte man hier noch sagen können, das ist doch wackelig hier runter, wenn er dann hier bricht, dann nochmal long. Denn die starken Seiten waren ja relativ gut nach oben. Aber er hat ja nicht gebrochen. Also es gab nicht mal ansatzweise die Chance, hier auf die long-Seite zu kommen. Im Gegenteil, er ist dann nachher beschleunigt hier nach unten. Und hier haben wir es vielleicht sogar ein bisschen ähnlich von dem höchsten Punkt. Dann haben wir so eine erste abwärts, eine Gegenbewegung, eine neue abwärts und jetzt hier eine ABC. Und vielleicht hat der amerikanische Markt jetzt sogar noch eine ganz gute Chance, dass wir jetzt erstmal in diese Korrektur kommen, die ich beim DAX erst vielleicht für nächste Woche erwarten. Vielleicht sehen wir die ersten Züge davon. Ist kein Versprechen, aber vielleicht ein Hinweis noch in den letzten Zügen dieser Woche, nämlich heute in den Abendstunden, dass der Markt sagt, ja jetzt haben wir auch ein bisschen übertrieben. Komm, da schließen wir ein paar Shorties übers Wochenende und das sind dann Käufe, die vielleicht den Kurs noch mal ein bisschen nach oben treiben. Ganz kurz für die Kurzfristigen unter euch, die letzten Minuten, die sehen gut aus wieder für die Aufwärtsseite. Also wer nicht so im großen Bild unbedingt schauen will, der schaut natürlich auch gerne auf die kleinen Ebenen. Das kann auch im Minutenschart sein beispielsweise. Und ebenfalls hier, wenn es jetzt wackelig käme, dann wäre das vorläufig erstmal das Aus für die Abwärtsseite. Nicht für immer um Himmelswellen, nicht, dass ihr jetzt denkt, ab jetzt muss es neue Altzeithochs geben, aber eben diese Strecke da hinten noch mal, das wäre halt so in etwa das, was man erwarten kann für den Intraday Trader. Gerade genug, weil man sagt, Mensch klasse, da kann man noch mal so ein paar Punkte mitnehmen. Schauen wir mal, was die großen und kleinen Brüder des DAOs aktuell fabrizieren. Wir sehen den S&P 500. Da erahnt man hier ebenfalls in etwa diese Bewegung und ihr seht, das ist wieder diese Fünffälligkeit. Nochmal ganz kurz für die Theoretiker unter euch. Das nennt man einen Impuls. Sieht ungefähr so aus, in dem Fall auf der Abwärtsseite. Und wir haben jetzt möglicherweise diese ersten 1, 2, 3, 4, 5 und warten jetzt auf diese Bewegung. Und anschließend müsste es sich noch mal fortsetzen. Und ob es danach noch noch mal runter geht oder ob es nur noch einmal runter geht, dann wären wir also 1, 2, 3, 4, 5. Da wären wir aktuell so ein bisschen jetzt hier quasi schon. Und wenn das jetzt hier A, B, C hochgeht und dieses tief getriggert wird, dann käme zumindest noch mal dieses. Das ist Theorie. Aber die Theorie ist eben gebildet aufgrund von typischen Verlaufsmustern und dementsprechend statistisch auch zumindest mal gilt als abgesichert statistisch gesehen. Das heißt natürlich nicht, dass es immer so ist, aber es ist regelmäßig so. Also diese Fünffälligkeit, die haben wir gegeben. Wir können jetzt mal darauf achten, was hier passiert. Auch hier geht jetzt hier das hintere Ende schon mal so einigermaßen zügig nach oben. Es gilt also das Gleiche, was ich hier gezeichnet habe wie beim Dow. Also rechnet damit, wenn diese Bewegung sich schön dynamisch entwickelt und die Gegenbewegung, das ist immer ganz wichtig, korrektiv ist. Ihr seht das hier. Dann haben wir hier diese Bewegung. Entscheidet, wenn ihr diese Bewegung vergleicht, entscheidet, welche die Haupttrendrichtung ist und dann habt ihr Ideen, was passiert, wenn wir irgendwelche Marken brechen, in welche Richtung das vorzüglich hier entsprechend geht. Dieses Prinzip eben umgekehrt nach oben wäre das, was für heute Nachmittag für den Intraday Trader vielleicht dann noch mal sehr, sehr spannend wird. Nasdaq, muss ich euch glaube ich gar nicht großartig erzählen, ist ähnlich. Also was das angeht, vielleicht diese interne Struktur ein bisschen, naja, lassen wir es mal so im Raum stehen. Ist das wirklich so das? Aber nichtsdestotrotz ebenfalls hier die Abwärtsbewegung. Ich habe hier extra die alte Zeichnung noch mal gelassen. Rechnet also auch hier damit, dass wir nicht mehr heute Nachmittag, das wäre jetzt sehr sonderbar, aber wenn wir vielleicht auch mit Gegenbewegungen zwischendurch hier, ich deute das mal im 4-Stunden-Chart an, dann haben wir alle Zeitebenen hier mal so halbwegs drin. Also das war dieser deutliche Anstieg und wenn wir jetzt hier irgendwie sowas in der Richtung bekämen, dann hätten wir dann anschließend, diese Chance, komm, machen wir es noch mal. Jetzt machen wir es gerade noch mal. Also der Teil ist offensichtlich. Dann haben wir hier so halbwegs 1, 2, 3, 4, 5. Ja, auch bei den anderen Indizes ist jetzt stellvertretend gezeichnet für alle mehr oder weniger. Wenn es eine A, B, C nach oben gibt, könnte man diese Long noch mal mitnehmen. Das hatte ich euch im 5-Minuten-Chart gezeigt. Dann könnte man diese Short im Anschluss mitnehmen, immer unter der Bedingung, dass diese Zwischenhochs oder Tiefs gebrochen werden. Einfach, dass diese Fortsetzung noch mal kommt und dann auf Tagesebene, dass das sich anschließend noch mal beim Bruch dieser Marke. Viele wünschen sich natürlich, kann man nicht hier schon was machen, kann man nicht hier shorten und so weiter. Ja, kann man. Allerdings sinkt die Trefferquote. Die Wahrscheinlichkeit, falsch zu liegen, ist schlechter. Auf der anderen Seite ist das Chance-Risiko-Verhältnis natürlich ungleich besser bei dieser Art der Trades. Deshalb insbesondere, wenn es hier klastert, das heißt, wenn mehrere Marken hier eng beieinander liegen. Ein Beispiel wäre diese 38er Fibo-Marke, vom Tief bis da oben gemessen. Tageschart jetzt. Aber wir haben ja hier auch noch so ein Zwischenhoch. Einige achten auch da drauf. Und guckt mal, jetzt haben wir schon immerhin zwei Marken, die ungefähr auf diesem Niveau hier liegen. Das ist schon mal ein Zeichen für eine Unterstützung. Also ich habe einen vorläufigen Verdacht. Falls der Kurs bis zu dieser Marke kommt, hat er dort eine ganz gute Chance für den Dreh. Und natürlich kann man das mit Symmetrien noch auffüllen. Zum Beispiel, dass man sagt, dieser letzte Arm nach unten. Wie groß ist denn der? Und dann seht ihr, guck mal, der würde auch da eine Unterstützung. Und wer jetzt sagt, ja, ich hätte jetzt diesen hier gemessen, könnt ihr ja auch machen. Könnt ihr das auch messen. Und dann stellt ihr fest, diese Länge hier nach unten klastert mit dieser Marke. Das heißt bitte nicht im Umkehrschluss, ah, da muss er hier runter. Nein, das weiß ich nicht, ob er da runter kommt. Umgekehrt aber, dieses Ausmaß hier und dieses Ausmaß hier wären klassisch, dass es dort vielleicht eine Trendwende gibt. Also für uns als aktive Marktteilnehmer sinnvoll, da drauf zu gucken, ob der Kurs an diesen Marken tatsächlich dreht. Das mit den Clustern kann man auf verschiedene Art und Weisen noch fortführen. Zum Beispiel, dass man sagt, man guckt natürlich hier vielleicht viele verschiedene Symmetrien an. Also man kann jetzt hier auch vorangegangenen, also da könnt ihr theoretisch jetzt ganz viele mal messen und könnt sagen, wie wäre denn die? Ah, die würde auch da hinführen. Wie wäre denn die? Hm, die würde nicht da hinführen. Das ist eine Einzelmarke, die lassen wir also weg. Also wenn es nicht klastert, können wir es wegmachen. Da unten lassen wir es sowieso weg. Aber wenn es klastert, haben wir eigentlich eine ganz gute Unterstützungssituation, die wir da mal im Auge behalten können. So, das wollen wir mal darauf beruhen lassen. Im Moment also sieht es danach aus, als ob dieses Szenario realistisch gespielt wird. Wie gesagt, vor dem Wochenende. Ich würde mich nicht wundern, wenn es die nächsten Stunden vor und wahrscheinlich auch nach dem Wochenende sogar noch mal ein bisschen nach oben geht. Eigentlich genau das Umgekehrte, was wir hier haben, nämlich, dass die Abwärtsbewegung, die wir jetzt hier haben, machen wir das vielleicht zum Abschluss noch mal, das könnt ihr bei eurem Lieblingsindex jetzt alternativ zeichnen. Also diese Bewegung von hier nach hier, dass jetzt seinerseits der Markt dann natürlich nach oben geht in diese Box. Gleiche Logik, nur eben umgekehrt. Das und A, B, C hier hoch, um dann das zu machen. Das heißt, für all die Kurzfristigen unter euch eine wunderschöne Hausaufgabe, das mal im kurzerfristigen Chart, was ich hier mit euch exemplarisch auf Tagesbasis gemalt habe, selber mal auszuprobieren. Da hat man eigentlich ein ganz gutes Gefühl, wo vorrangig Wendemarken liegen. Das heißt nicht, dass er da wenden muss. Das heißt nicht, dass er diese Marke erreicht. Das heißt aber, dass wenn er diese Marke erreicht, früher oder später, der Dreh recht realistisch ist. Und das könnt ihr auf den kleineren Ebenen genauso mal ausprobieren. Und ihr werdet feststellen, puh, da kann man was draus machen. Mit diesen Gedanken lasse ich euch ins Wochenende, zumindest mal was die Indizes jetzt angeht. Ich wünsche euch alles Gute, ein wunderschönes Wochenende vorher noch mal viel Erfolg an den Märkten. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Bis dahin macht's gut, alles gut. Ciao, ciao.